Sasa de la Hiva, das bedeutet einmal, Grip hier, Grip gleiche Seite, Grip die überliegende Seite. Dieser Fuß ist hier, der tut hier immer da rausdrücken, der blieb hat den Eric da rausdrücken. Alles klar? Das ist meine Versierung. Der andere ist an der Hüfte, dass der Eric nicht hier rüberlaufen kann. Das heißt, wenn er hier wäre, jetzt läuft er hier raus, der Eric, ist er draußen. Das ist ein Doppelkoppelung. Eins, zwei, drei oder vier. So, wenn der Eric probiert, da rauszulaufen, geht nichts. Wenn der Eric probiert, da rauszulaufen, geht auch nichts. Okay? Jetzt Achtung. Übernahme, nicht innen, Disqualifikation. Übernahme, Übernahme. Der hier, der Hook, unten rein und jetzt mache ich das. Ich kicke alles darüber und hier den Menschen, Fuß raus, komme hinterher, bin hier dran. Eins, zwei, drei, unten. Hand, kurze Rippe, Kopf, Liegestütze, Knie drauf. Jetzt machen viele den Fehler, Arm holen, greifen, hochziehen, ran, Hand an den Kopf oder Brust, Fuß vor, ranziehen. Achsen, zusammen, Daumen bis oben, schön. Hüfte hoch und auch wieder sehen. Okay?